Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Entschuldige nochmal für die rasche Verabschiedung im letzten Part. Da war halt wirklich die Zeit. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Das waren gerade so elf Minuten. So, wir sammeln die lila Münzen auf dieser Rutsche. Eben hätten wir es fast geschafft. Und diesmal habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Nein, so drückt mich mein Gefühl, also. Gut, dass ich Bescheid weiß. In Zukunft vertraue ich nicht mehr auf mein Gefühl. Luigi wartet immer noch, also noch ein Fail und ich probiere es mal mit Luigi. Oder obwohl, nee, das bringt mich aus dem Takt. Tja, Leute. Es ist viel schwieriger, als es aussieht. Glaubt ihr mir das? Sagt ja. Schreibt einfach unten einen Kommentar, wo steht ja. Münze, Münze, Münze. Münze, Münze, Münze. Münzen. Münzen. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe mich doch gerettet. Das ist aber auch eine irre Rutsche. Die ist viel schwieriger, als die in Mario 64 allesamt. Ich meine, habe ich nichts dagegen. Ich bin ein Profi. Aber was sagen die Jungen dazu, die vielleicht Teil 1 nicht mehr gespielt haben? Ah, Teil 1 sage ich schon. Mario 64 nicht gespielt haben. Wow, 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 wow. Ja, wie, 90. Oh Mann. Das gibt es sogar nicht. Da muss man wirklich auf der Hut sein. Nein, Luigi? Keine Chance. Gibt es hier vielleicht noch welche? Nein. Zehn Stück haben gefehlt. Verdammt. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir leid, Leute. Für meine Fails entschuldige ich mich hier in aller Öffentlichkeit. Mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Aber diesmal sieht es ja gut aus, was das Mützen einsammeln angeht. Jetzt nicht nervös werden. I can do this. Oh Mann, warum ist es so scheppig überhaupt? Das ist ja eine Hammerstelle. Gibt es ja gar nicht. Tja, was fällt mir da übrig, als es nochmal zu versuchen. Der Anfang ist nicht sehr gut. Okay. Ach, das war mir schon klar. Da muss ich einfach diesen Stachelbüschchen ausweichen. Einfach, ja. Einfach. Total einfach. So weit, so gut. Ich rede nicht, ich rede nicht. Jetzt rede ich mal, jetzt rede ich mal. Bin sehr angespannt, bin sehr angespannt. Will alle Münzen einsammeln und dabei nicht fehlen. Kein Fail. Jetzt wird es spannend. Das wird nicht klappen. Schon wieder 90? Ernsthaft? Ich habe es bald geschafft. Aber keine Sorge, wenn ich zu lange brauchen sollte, dann werde ich euch das nicht mehr antun. Ganze zehn Stück, das ist nicht gerade wenig. Was mir da fehlt, wie kommt es? 쿠 te Weg, das ist nicht straight. W turt. diligence zukommen ist anderes. Nicht gut, dass du nichts drauf tun soll. Kuchen sondern vors Sorge, damit du ein gonna isst nicht mehr. Läще fünfken. peculiar? Dürfen denn es ganz schön. Was mir das nicht? Ah, das... Komm schon. Meine Güte, aber ich hab eh zu wenig. Ich hab immer zu wenig. Um mein Leben. Neigen sich dem Ende zu. Luigi, das ist deine Zeit. Luigi, mit dir schaff ich das. Viele Optionen hab ich nämlich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Du hast gar nicht schön was mitgemacht, so der Ärger ist nicht. Könnt ihr ruhig mal eine Auszeit steuern, Mann. Ziemliches Trauma, wenn man alle... Leben verloren hat. Es passiert nichts. Ich will euch nicht weiter blasten mit meinen Fails in dieser Rutsche. Deswegen... werden wir das jetzt folgendermaßen gestalten. Ich mach das hier bis zum Abwinken. Bis ich 100 Münzen gemacht hab im Ziel. So. Und ihr werdet mir dabei nicht weiter zugucken. Weil sonst sind wir erst bei Part 180 fertig. Tja, ich mach das mal und wir sind zurück im nächsten Part, sobald ich das hier geschafft habe. Leute, bis dann. Ciao.